Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonders. So, wollen wir uns jetzt noch um diese drei Level kümmern? Ich glaube drei Level waren es noch. Und dann machen wir uns auf in das Schloss. Boah, da war eine dicke Schnecke. Boah, komm her. Boah, was? Oh, da geht's hinter. Wie jetzt? Oh, das ist cool. Das ist ja cool. Ach was. Wir haben eine Röhrer zusammengebaut. Das ist ja cool. Yay. Die erste Lila, ne? So, lass kurz ein, Kumpel. Oh, das ist wunderbar. Schneckchen. Die tun noch keinem was. Na, Kumpels, wisst ihr nicht wohin damit? Genau. Besten Dank. Oh Gott. Nein! Warum ist er auf die Schnecke gesprungen? Ah, verdammt Mario. Was ist das? Was ist das? Wowie, sorry! Als Elfan fühle ich mich ein bisschen wohler hier. Oh, was, was, was? Dein Ernst? Das war ja wieder blöd. Aber jetzt kann ich mal gucken, ob ich... Ob es hier was gibt? Ach, ein Leben. Oh, super. Das ist auch gut. Jetzt hätte es aber fast funktionieren. Du musst weg. Entschuldigung. Oh, und jetzt ganz ruhig. Mario, mach keinen Fehler hier. Ich fühle mich gerade irgendwie wie Bob der Baumeister. Huff. Oh, ne. Oh, ne, nicht schon wieder. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Oh, da bin ich aber beruhigt. Du musst dich umdrehen. Was soll das denn sein? Oh, ne. Ich vermisse die lila Münzen. Wo sind die? Nein. Nein. Ich warte noch mal kurz. So. Gut. Nein, das war die letzte. Wo ist dann die andere? Oh, verdammt. Nein. Ja, okay. Alles super, aber... Äh? W-w-w-was? Nein. Ich gehe nicht ohne die letzte. Was ist das? Ach so. Nee, ernsthaft, wo ist die andere Münze? Ups. So. So. Die hatte ich ja. Ach. Ach. verstehe. Ah, okay. Ja, klar, da ist sie. Sehr gut. Gut. Darauf muss man erst mal kommen. Besser. Entschuldigt. Gott, 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 Gott. So, ganz ruhig. Nichts mit der Eile. Müssen wir das nehmen? Nee, ne? Komm auch ohne rüber. Ja, weil man sich nie so einstellen würde. Nee, jetzt hab ich alles. Jetzt haben wir alles. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt bin ich glücklich. Und dann haben wir mal wieder eine Blume geküssen. Sehr schön. So. Jetzt machen wir mal ein leichteres Level. Ach, das waren drei Sterne, ey. Feuer, ja? Ist das besser für hier? Wasser? Ja, aber ich hab jetzt kein Elefanten. Ja, das ist das besser für hier. Es tut mir leid, Blume. Also, jedes Blümchen kann ich nur nicht mitnehmen. So. Nee, leider nichts. Na, leider nichts. Brauchen wir die Stacheln? Nö. Ach gucke. Warum denn immer mit so einem Schreckzeug? Doch, komm mal mit. Ich weiß nicht, ob ich seine Stacheln brauche. Warte mal, warte mal, warte mal. Die passiert doch gar nichts. Wo komm ich denn jetzt an dieses Power? Oh nein, okay. Dann machen wir es halt so. Egal. Äh, äh, äh. Ich habe keine Blume gesehen. Wundersam, Blume. Oh Gott. Verdammt. Nein. Oh, ich kann wieder ein Level nochmal machen. Oh, das gibt es doch nicht. Aber wo war das? Was? Das bringt halt nur alles Mist. Hey! Hey! Wir sind zu spät auf den. Ach. Ja! Ich habe es doch gesagt! Echt jetzt? Was? Hahaha. Oder? Ich bin manchmal so sprachlos. Was die sich einfallen lassen haben für das Spiel, das ist ja so toll. Was? Auch wenn Menschen der Meinung sind, es ist zu leicht. Mensch, es ist ein Kinderspiel. Aber es hat trotzdem seine Herausforderung, finde ich. Es ist so cool. Oh, schönes Bild. Schönes Bild. Wurde ich gleich das Thumbnail nehmen. So, haben wir alles? Hier ist erledigt. Da ist erledigt. Super. Oh, wieder den falschen Knopp. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Mit B und A. Ich bin die ganze Zeit den Xbox-Controller gewohnt. So. Stampf eine Dingsbums da. Galopteros. Stampfhände. Stamphände. Mein Gott. Ihr macht das schon. Ihr Bein hübschen hier oben. Oh nein. Nein. Okay, PSpitch ging daneben. Gut, von mir aus. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Scheibenkeister. Wäre ich groß? Komm ich hier groß raus? Oh, tops. Okay, ich verstehe. Das ist sozusagen... Das... Hat ja wieder super geklappt. Das war gar nicht. Ey, ey, ey! Bleibt hier! Nein! Oh, ruhig, ruhig, ruhig. Die haben wir ja zum Glück schon eingesammelt das letzte Mal. Bleibt bei mir! Wo ist die letzte Münze? Da ist sie! Nein! Oh, Gott! Verdammt! Diesmal kriegen wir aber... unsere Münze. Oh, ach, Mann! So, jetzt. So hätte das vorne aussehen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich glaube, ich war wieder zu voreilig. Tja, das müsste ich auch gerne. Ah, okay. Kleines Geheimnis. Okay, vier Sterne! Berechtigt. Berechtigt! Wohooo! Oh, ich habe mich einfach wieder mal nur angestellt. Tudulu! 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 Nee, warte mal. Ja, siehst du, da fehlt noch was. Na gut, aber immerhin, wir haben den Wundersamen. Komm, jetzt machen wir mal den hier. Der wartet schon. In Folge 3 möchten wir wirklich jetzt langsam mal den ersten Akt abschließen. Palast der Röhrenfels, wie Sinn. Jetzt ist der Palast an der Röhren, nicht vergessen, dass du erdrücken kannst. Hey, Kids, was ist das denn, bitte? Ah, okay, okay, uhu. Sind das Skelettgummers? Mach kein Mist, das ist ja geil. Okay, okay. Hammer, Brüder, kein Problem. Ciao. Und was ist das? Nichts. Kann ich nicht rein. Okay. Okay. Okay, okay, warte, warte, warte. Irgendwie kommen wir da rein. So nicht. Ach, bestimmt von hier. Na, siehst du? Schon sind wir drin. Äh, was ist jetzt passiert? Oh nein. Ach, Mist. Gut. Oh, Mensch. Oh mein Gott, nein. Ah, nein. Ah, ah, ah. Oh nein. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das Problem ist, ich muss sie ja leider mitnehmen. Weil ich diesen Wunder sagen will. Aha. Jawohl. Jawohl. Geht das hier rein? Ja, wenn ich müsste, habe ich jetzt hier was vergessen, ne? Oh, komm. Come on. Kann doch jetzt nie wahr sein. Ja, die hat nur. Toll. Ah, super. One up. Ja, und? Ich komme aber nicht ohne weiteres da rein. Na, entweder als Elefant oder nicht. Oh, das gibt es doch jetzt nicht. Uha. Ich muss noch mal als Elefant da sein. Doch, das werden sie mir nicht erlauben. Geh ich jetzt zurück? Nein. War ja klar. Warum sollte ich noch mal zurück dürfen? Ich muss das Level nochmal machen. Oh, ist das ärgerlich, ey. Hey, was glaubst du, äh, glaubst du etwa, du kannst mich aufhalten? Na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist hier überall. Du hast absolut keine Chance gegen mich. Aber es macht sicher Spaß, dir beim Verlieren zuzusehen. Was mach ich denn? Huch. Oh, krass. Oha. Was ist nun? Bam. Bam. Jautschi. Nein. Niemals. 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 Und nochmal. Na, wie ist denn das? Habe ich geschafft. Mein Gott, ich stimme mich aber auch an wie der größte Noob. Königsarme halten. Ja. Sehr gut. Okay, damit hätten wir Akt 1 abgeschlossen. Und so gelang es Mario und den Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Mit dem geretteten Königsamen wenden sie sich wieder Bause zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Können sie Bause aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Bis später! 28. Nein, Mario, halt! Renn nicht so schnell! Die Blüteninsel liegt direkt vor uns. Dieser wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser! Oh, gibt's da doch einiges zu tun, ne? Blüteninseln! Oh, ich bin... Dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken. Hey, da ist etwas! Meine Piranha-Wolken werden alle Sternfriede fernhalten. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jeden noch so klein bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Königsorgen. Oh, was passiert denn jetzt? Flup! Da war die erste Wolke weg. Oh, wie? Wo ist denn die Piranha-Wolken? Was habt ihr getan? Piranha. Nicht Piranha, Piranha. Äh, Piranha. Piranha. Ach, ihr wisst schon. Solche Macht? Nur durch einen einzelnen Königssamen? Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten. Einen sehr großen Gefallen. Wolltest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umkreist. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Juhu, das machen wir. Ich freue mich ja so. Vielen Dank. Gut, dann sollten wir zugleich zum Wölkchen-Gebirge nördlich von hier aufbrechen. Es gibt ein Königssamen-Palast an seinen Gipfel. Das machen wir. Aber das machen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Ich habe mich ja wieder total angestellt. So, und bei der nächsten Folge werden wir auch den Charakter wechseln. Ich bin schon mega gespannt. Ich hoffe, ich auch. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nehmt gerne ein Däumchen da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Bye. Bye.